jetzt wird's haus 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 oder turm und damit heute unterseits und willkommen zurück bei rainbow six siege bitte restaurer geschenke laden da ist auch schön dunkel und da mag jemand die geschenke laden nicht war wahrscheinlich an weihnachten nicht artig und das jahr davor und der iw ist zum glück nicht da ich schnell umbenannt wie immer die bomben sicher standort der bombe in gefahr ich werde die planen ah geh weg großer kram was aha toll zu drücken die gegner haben eine bombe entdeckt zum angriff bereit machen wand verstärkt das gerät es bleiben 10 sekunden gerät ist platziert 5 sekunden noch der gegner hat eine bombe lokalisiert macht euch angriffsbereit das ist so nett ausgleichend hier muss die drinnen wegfahren das ist gar nicht mehr der Typ ich sichere die wand hier ist licht freut sich die matte immer noch jetzt können sie kommen und jakal 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 verfolgt mich matte ist jemand die matte gesprung beim unterhüpfen vom geschenkeladen man verfolgt dich krieg ich den von hier jo aua das hat was nicht wert ich liege hinterm schrank verletzt ich konnte nicht mehr helfen sorry durch sein loch hat mich maverick erwischt oh gott vom geschenkeladen tapst du es bei den laternen hat sich maverick loch in die wand reingebrannt wo meine batterien stehen nur noch ein gegner übrig weiter machen vom geschenkeladen war jakal den habe ich ok da ist offen ja aber da ist keiner mehr so wie es aussieht ja aber da ist keiner mehr so wie es aussieht ja er kommt jetzt gelber ping danke für die ansage und fürs nochmal wieder aufstellen doch ich konnte nicht ist ja nicht schlimm hast ja auch deinen beitrag geleistet oder ja toll da siehst du dein zimmer ganz großes kilo falls das jetzt ein versuch war mich aufzubauen der ist tierisch in die hose gegangen aber danke was macht er denn in der hose der versuch zählt es war ja gut gemeint ich weiß mehr als ansagen konnte ich nicht mehr hast dich ja selbst vorhin auf konsulat schlechter gemacht als du warst hab ich das mit deinem bösen auge an der pappe ja man muss ja irgendwie zuordern irgendwas also falls was ist ich hab ein teamchat aus ne wie vorhin hat es noch an bei baguette statt ja ich weiß ich hab mir aber ausgemacht nachdem die eine äh thunderbird spielerin mich so blöd angemacht hat den bereich sichern die bomben weiterschönen ich sag dir wenn du was kommst du willst glaub ich gar nicht wissen ich sag's dir trotzdem krümel krümel jawoll was das jackal da oben die kamera nicht gesehen hat er hat genau drauf geguckt ich dachte das wäre sein spiegelbild er hat ja auch so ein ding auf dem kopf wieso steht das spiel jetzt schon wieder für eine sekunde zweimal oder so zum zweiten mal heute kommst du nicht auch noch an lasst mich halt alle alleine das gerät ist aktiviert euch piept's wohl da unten sieht schick aus da würde ich gerne mal was sieht schick aus da unten ist schön grün eine etage tiefer ja genau hier nicht läuft schon wer runter bei unserem immer gern runterhüpft beim empfang aber was woher weiß die denn was nein 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 da ist jemand drin launch ich lade nach letzter verbleibende operator des eigenen trupps er sagt maverick was los mission gescheitert eigener operator gefallen denen wird nicht in im im vermos in der ersten runde gehört doch 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 der drum geschrien wie am spieß aber unvergessen sind wir noch der eine spieler aufs forum hier ist ich mit blitz aus dürfte den umgebracht haben mit einem schuss aufgeregt als ihr müsst eure drohne verwenden die schenkt schon mal nicht ist aber laut wie wir bar und zimmer und das lesion 10 sekunden bis einsatz aufpassen vielleicht haben die jetzt frau frost und bringen was an runter bis zum einsatz bombe gefunden gelangt zu ihrer position und entschärft sie die beiden die ich mal auf dem park umgewacht hat mit blitz aus aus der hüfte mit einem schuss die haben sich nicht auf wird hat sie dann noch den gegner statt an ja ich habe die nimmer wir müssen euch ja auch nicht irgendwelche beleidigungen anhören oder lesen was toll ist bei dem runter ist man kann sich nach rechts krümeln hat er die kamera schon kamera beim empfangen hier tapst wer irgendwo hinter uns unter uns hinter der wand vielleicht der jäger ist ja runde okay das klingt scheiß nah das klingt scheiß nah es klingt ja auf der ebene beziehungsweise darunter also hier oben klingt es auf gar keinen fall ich gucke jetzt mal nach jetzt hinter der wand ist schon mal nix treppe runter auch nicht elektronik scanner aktiviert wenn es eine batterie hat dann finde ich es ein scharfer ist jetzt gesichert gut dann muss ich nicht mehr holen suche mir einen besseren Winkel hinten meiner ecke ist sauber hinter der treppe ist auch niemand die haben noch Kappschrauber dann gucke ich mal nach hinten du hast den entschärfer fallen gelassen die Kappsch bestimmt ja die ist da hinten na man oder nach Kappschrauber noch 35 Kamera vor Taut oh nein der geht doch rum geht doch rum naja komm ich wohl nicht mehr hin au sehr schön Drei Dreiecke da ja ja da ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich öffne mal meine Zwecktüte. Burn to Horizon. Was ganz alt ist. Passt ja zu dir. Sei froh, dass du nicht Red Crow kriegst. War bei mir nämlich letztens immer der Fall. Ich habe ja das Glück, dass ich immer Blood Orchid kriege. Jetzt habe ich hier für Togepi eine lila Mütze. Das ist legendär. Das ist ein goldenes Farbeck gewesen. Diese komische Papiertüte für Nock, was sie sich über den Kopf ziehen kann. Diese Einkaufstüte, das ist auch legendär. Hat das nicht die Kamerafrau auch? Nee, die hat so eine Geistertüte, so einen Geisterkopf da. Mit Laken. Nock hat die Frühstücksbüte. Nock hat auch diese bayerische Tischdecke. Meinst du diesen Wischmob? Finden wir blau-weiß. Wischmob, ja. Bayern sagen, sie zu Tischdecke. Wieso spondieren alle beim Schneemobil? Erstmal Operatoren, dann sehen wir weiter. Nee. Oh, der Ash nicht. Wieso? Weiß ich nicht. Geisel unten, Motorraum, Steuerungsgeschichte. Läsion haben sie noch. Läsion ist der letzte. Der Wähe, der ist es nicht, dann habe ich mich verguckt, aber das kann nicht sein. Hey, das ist der ganz unten. Motorsteuerung. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Was ich vorhin so viel ausprobiert hatte, weil ich das gemerkt habe, da war nichts von irgendeinem BUFF zu merken bei dem Rückstoß. Ein BUFF, also weniger Rückstoß. Oder nur bei der M762, wie die heißt. Jetzt Glas auf. Strom unten. Okay, da kommt es besuchen. Warte, duke zugemacht. Tschüss, Läsion. Das muss man erst mal schaffen. Was? Seit wann kann man denn? Ach so. Bin ja da ist ja rausgehangen. Die eiert ja, warum? Was ist mit meinem Spielzeug? Schicke FGS los. Das geht gleich hoch. Der Lava, der Fluss. Okay. Oh, hier lädt jemand nach. Ist aber ungünstig. Da oben. Ach, der lädt seine Kamera. Jetzt schlagen wir ihn tot. Okay, ich gehe woanders rein. Das ist mir zu Lusky. Hier fliegt sich vor. Oh, ist aber nicht ein nettes Flog zu mir. Ah, in der Treppe ist jemand gelberpingt. Aua. Okay. Kommt so vorbei. Bandit im Gang oben. Bei der Küche. Halbtot. Im Gang bei der Küche oder oben? Ja, Küche oben. Bei der Küche im Gang. Ist aber Richtung Motorsteuerung gelaufen. Kann er nicht mehr so rein. Willst du senden die Leiter runter? Ne, da habe ich geguckt, aber kann man loswitchen. Dann ist er vielleicht hoch zur Lounge. Noch 50. Oh, fuck. Halt. Ich bin schreckt. Im Serverraum ist ein Bandit und der hat ein Loch in der Pappwand. Zwei Assistierungen. Ich habe beide getroffen. Ich habe bloß hier eine Füße gekocht und der kommt davor, ey. Dann war das der Treppenunterläufer von vorhin. Oh, ne Fass, ey. Ich habe gerade voll zusammengezogen, wo mein Schild flöten gegangen ist, ey. Alter. Ich dachte, bei der Lounge legt gerade jemand seine Waffe nach. Dabei packt ständig der Kamera, der Herzschlagmann, sein Gerät raus und wieder rein. Dann wieder rüber und wieder nüber. Oh, Gott. Aber was Läsierungen gemacht hat, weiß ich auch nicht. Total sinnlos. Mal, dass doch für die Verteidiger schön ist, wenn die Eingreifer da ankommen. Ach, er fand es wahrscheinlich nicht so geil. Aber da rumspielen nicht Keller. Die sind wahrscheinlich im Dings hier Kartenraum gedöhnt da. Oder was ist das? Na, rumrücken. Kämmer schon, kämmer schon, kämmer schon. Oh, die haben einen Soda-Automat. Ich habe auch keinen Geist. Hallo. Ja, Jäger. Oh. Geisel, ich sehe dich doch. Haha, er sieht mich. Ein Kaschle noch. Nein. Fünf Sekunden. Die Error. Sichtkontakt mit Geisel. Mission eingeleitet. Hörst du gar niemand? Ja, ich habe da schon mal jemanden durch erschossen. Du wurdest auch schon mal von jemanden da erschossen. Ein Franzosen. Ja, das war ich heute schon. Was? Du hast dich erschossen? Nein, aber ich bin heute schon erschossen worden. Na, was geht? Und dann kommt der ganz oben raus. Ist der eine schon gestorben, oder ist der... Nee, ist raus. Einfach nur rausgegangen. Ratero geht rein. Ratero geht rein. Nein. Was ist denn das für den Sprung? Ach, ich gewonnen. Bislang. Mobiler Sprengsatz verloren. Was? Mobiler Sprengsatz verloren. Okay. Ja, Ratero wurde kompromittiert. Schicke FGS los. Kompromittiert. Das geht gleich hoch. Seger weit. Kamera kaputt, Serafina. Die Wand ist nicht verstärkt im Gegenteil. Ah, da links war er sogar. Oh, scheiße. Neben der Küchentreppe auf deiner Ebene, Serafina, ist jemand? Also, die Küchentreppe neben. Okay. Geil, wurde tötet. Hat nicht mal ein Dreieck bekommen. Was ist das denn? Wahrscheinlich war der in einer noch gekehlt. Ja, das ist doch Quatsch, ey. Das meint er ja eh nicht ernst. Ich sag, död, död. Aber hier, da lügt er wenigstens nicht. Er ist ein Idiot, schreibt er. Er ist ein Idiot? Ach, er hat selber gesagt, er ist ein Idiot. Ja. Aha. Oh, jetzt wäre ich umgebracht. Mist. Oh, was hast du geschrieben? Das ist wahr. Oh Gott. Und er hat kein Dreieck. Die Geisel muss beschitten werden. Den Raum sicher. Er hat noch bloß... Wir hatten hier so einen komischen Hut auf. Warten. Standort der Geisel in Gefahr. Andere stehen direkt... Oh, der ist. Na, es ist der... Der Flores Heinz. Der Kite, der ist ein Flores Heinz. Komm, geh weg, Dicker. Das ist ein bisschen... Und jetzt, was wir eben anbringen. Wir haben Hinweise zum Standort der Geisel. Auf Kontakt vorbereiten. Ja, der macht mein Fenster auf, oder kaputsch? Ha! Ein Gerät von mir an einer Strombahn. Hier was zu sehen? Allerhausenkamera ist kaputsch. Bäh. Ah, ist er noch offen? Mist. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wie viel Müll hier noch im Fenster hängt? Oh, Flores Kack kommt an. Nein, ich krieg's nicht mehr weg. Letzte Magazine! Ah, Leute. Guck da drauf. Zweiter Flores Kack weg. Oh Mann, ey. Ja, vor allem wurden... Nur noch ein Gegner übrig. Ist der bei dir da im Gegner? Ne, ist bloß der Kite, der so rumraschelt. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Ah! Gott, Z2 mal mit dem Zeug. Das war der Herzschlagmann von vorhin. Oh, Motor. Ist doch die Shotgun dabei. Nö, warum? Doch, aufm Rücken. Ja, aufm Bild. Nein, nein. Ist ne Machete, ist ne Machete. Nein, ich werd bestimmt nicht mit Shotgun spielen. Macheten-Shotgun, oder? Ja. Ja, pass mal auf, dass ich die Geschnetzelten verarbeite hier. Na, das ist gut. Dann hätt ich für morgen was zu essen. Ich selber, oder was? Ja. Nein. Die Nase wächst doch nach. Du bist, was du isst. Standort der Geisel in Gefahr. Angriff steht direkt bevor. Also jetzt, ne? Jetzt ist es hier aber... Notausgang, N-O-T, Binnenstrich-Ausgang. Ah, nur gesucht. Horker, du weißt doch von wem sie kommt. Magnet raus! Nur noch 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Gegnerdrohne hat Geisel lokalisiert. Stellung sichern und Angriff abwehren. Meine Magneten werden uns beschützen. Zugang gesichert. Ah, bin zu früh gelaufen, Mist. Wand gesichert. Ich bin die Schusslinie des AVS geraten. Wand fertig. Magnet eingestellt. Magnet einsatzbereit. Die Leiter beim Maschinenraum kommt da runter. Tod. Tod. Okay, okay. Von oben kommt was. Ich bin auf dem Weg. Setze Magnet ein. Magnet online. Oh, kacke. Ich treffe überhaupt nicht. Aber eher noch schlechter. Ah, da ist er ja. Der andere Fuse draußen. Bei der Motorsteuerung. Wenn man Treppe hochgeht, direkt links. Ist jetzt oben bei der Motorsteuerung angekommen. Gelber Ping. Hoch da. Gelber Ping. Beide da. Beide. Gelber Ping. Küchenflur. Nur noch ein Gegner übrig. Wieder Küchenflur. Gelber Ping. Geht jetzt Motorsteuerung rein. Seh ich nicht mehr. Oh, Mann. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Hoch. Da ist dir was vor die Füße gefallen. Uah. Das sah schön aus. Heute passiert irgendwie viel lustiger Scheiß. Also nicht so, dass es sonst echt ernst und langweilig ist. Aber heute wieder mal ganz besonders viel lustig. Naja, abgesehen von dem Cheater. Die eine Runde. Vererfolgt am Wasgeld alle. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bottom mensen. Glockenzeichen. Dann wird es gereder. Wir haben dafür noch immer mit Gluten. Oh, Mann. Dann wird tal. Ich guckee so einiges slowly. Vielen Dank.